Hallo, ich bin die Orina und ich überbringe dir die neue Wochenbotschaft von Erzengel Gabriel. Gabriel sagt, der Himmel lenkt deine Aufmerksamkeiten auf Details, er bringt deine Emotionen durcheinander und möchte, dass du mehr in deiner Ruhe bleibst. Ja, Emotionen sind zugedeckt von Vernunft, Menschenkenntnis und Bescheidenheit. Lege deine Aufmerksamkeit nunmehr auf dich selber. Ja, es wird eine turbulente Woche sein, voller Auf- und Abs. Ich segne dich, ich war Gabriel und ich danke dir, Gabriel, für diese wunderbare Botschaft, die ich gerne weiterreiche und wünsche uns allen eine wunderbare neue Woche. Tschüss!